Guck mal ein Pfiffball. Das war sein Bein. Das war ein Kannibale. Aber ich tue jetzt mal kurz in Gruppe 5 Punkte. Dann mache ich Warbruch. Schaden und Dauer. Oder Waffenschaden am Ziel und Kräfte Schaden. Nein, Dauer und Schaden. Bringt mehr finde ich. So, dauernd ist jetzt noch ein einziger. So. Die Herstellung der Husks war unser erster Erfolg. Es sind zwar keine echten Husks, aber sie reagieren auf Reaper-Signale. Cool. Was für Idioten. Locust. Ah, nee. Mit so'n Kanaten. Schön für euch. Ich habe Ihren Bericht, Mr. Loft. Machen wir's kurz. Können Sie es schaffen? Ja. Ich habe Ihren Bericht, Mr. Loft. Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja. Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Hab ich das richtig verstanden? Der Typ kontrolliert Reaper-Druppen? Keine Ahnung. Ich spiele den Rest an. Geschafft. Wir können jetzt Ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Techniker weitern und auf die Reaper selbst nachdenken? Das wird einiges spielen. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Sie haben Servers durchschaut. Schlechte Nachrichten für den Unbekannten. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Servers. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Moment, Commander. Da ist noch mehr. Sehen Sie. Verdammt. Hoffentlich ist es zu beeinflussen. Hoffentlich. Endlands-Memo. Prozessvereinfachung. Um unsere Abfallbeseitigung zu vereinfachen, wurden für Seifungs... Hä? Ja, für Seifungsentsorgungssysteme eine leistungsstarke Verflüssigungssubstanz hinzugeführt. Wer hinzugefügt. Ziel dabei ist, dass unser System die Menge verarbeiten kann, mit denen zu rechnen ist, wenn mehr Subjekte in der Anlage eintreffen. Als Folge dieser Maßnahme müssen sämtliche Mitarbeiter im Entsaugungsbereich zu dieser Zeit Schutz an Zivile Stufe 4 tragen. Geil. 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 Ich will nicht schon wieder. Geil. Einen Ausgang suchen. Einen Ausgang suchen. What the fuck? Verdammt, sind das viele! Sind nah dran, weiter! Och ne, das ist ein Barrieremonitor. Der darf jetzt erstmal gleich sterben gehen. Hier. So. Das war jetzt erstmal wichtig. Schön. Schön. Boah, der Cannibal hat schon eine volle Barriere. Das ist ein voll Idiot. So, jetzt habe ich erstmal hier die Pistole. Ach man, hab ich die nicht getroffen. Schön, steh auf. Komm, danke. Hab ich hier? Nein, hab ich nicht. Äh, wozu? Das ist NONSENSE. Ähm. Wunderschön. Du darfst jetzt erstmal hier fliegen gehen. Och ne, nicht noch. Nicht bei mir. So. So. Schön. Schön. So, dann steh wir. Dich, dich, rauch ich jetzt erstmal. Warum soll ich eigentlich aufpassen, wo ich hinweg? Das ist NONSENSE. So. Kleinigste Mal. Holt durch. Jetzt steh ich mal zu dem hin. Und schau dich voll voll ins Maul. Wow. 600 dp. Ich glaube das wird schon wieder Ach man, da leben immer noch Bücher Jetzt habe ich Zeit erstmal Jetzt schaue ich aber erstmal nach so Computern und so zum schauen ob ich auch Informationen finde Wow Das ist eigentlich voll sinnlos und Munitionsverschwendung aber Egal Hier ist was Na, na, doch nicht Beim nächsten Ding Nein, da war ich aber schon Hier drüben Ne, die Tür gehen nicht auf Vielleicht da unten irgendwo Wir können hier ja überall runter gehen Und dann nichts Wippen Auch nicht Ok, ich laufe mal hoch Und nach hinten Und schau noch Oh, da ist die Tür offen Leck mich doch im Arsch Egal, schau ich mal ob hier noch was ist Nein, ok, dann gehe ich hoch Und da hinten drüber Medizinische Station Medizinische Station 3000 Credits für die Forschungsdaten Es ist auch nichts Hier ist was Das ist unser Weg hier raus Hä? Wo? Ok Ich hoffe nur Weil die Haskeln ja hochklettern Dass die Jetzt nicht zu uns hochkommen Und sie ihn ausstrecken wollen Ja, danke So Ja, was ist das denn? Das ist der Rolling Ah, das sieht ein bisschen so aus Ah, das sieht ein bisschen so aus Und James trinnt erstmal vor Ah, ja Der Rolling Das ist ja gerade immer Nein Hoch Arschloch Arschloch Oh, von hinten kommt einer Oh, von da kommt einer Oh, von da kommt einer Sag das doof mal Ich habe irgendwie das Gefühl als ob der jetzt auf uns zu rennt Kommt Kommt Bäm Nachladen Überrollen Schießen Hochrennen Nachladen Schießen Und tot Banshee Ja, erstmal die killen Und danach nichts wie hin Erstmal den Rolling Der Banshee ist zwar auch übel aber Trotzdem erstmal den Rolling Der kann uns mehr Aua machen Wenn er nach einem kommt Und hat einfach mehr Panzerung gesucht So, jetzt stirb Schöss Banshee Auch nur jetzt dass ich mich getroffen habe Kommt Doppel Schaden Oh, schon wieder was Oh Mann Leck mich doch Junge Sei es Viecher Kommt, jetzt parten die sich wieder Direkt natürlich zu mir Mein Leben kann sich nicht regenerieren Jetzt kann sich's regenerieren Dankeschön Komm Geh weg Geh da weg Geh da weg Geh da weg Liera Oh Mann So klar Wird hochgenommen und zerfetzt Ha, nicht getroffen Kackviech Da Da Verstürf Zincho Und da rüber So So Hier Oh was Auf dem Start und werben Meine So Jetzt gehen wir mal in den Raum rein Dankeschön Fahrstuhl Die schmieden doch nur irgendwie Okay, Fail Hä Sie haben's gehört Bereit machen Hä, wo kam die Hä, wo kam die Hä, wo kam die Hä, wo kam die Da Da sag ich mir nichts dazu Shepard Kommander Shepard Perfektes Timing Die Waffe runter Nein Oriana wollte mich erschießen Ohne Zweifel Bewehr des Einflusses Leider daneben Wo ist Kai Lang Ich weiß nicht Weg Hat meine Forschung genommen Und uns zurückgelassen Miranda Hören sie mich Das ist nah genug Alle beide Ich werde beenden Was Kai Lang Nicht getan hat Jetzt ist Schluss Im Gegenteil Die Reaper sind kein Problem Wir haben einen Ausweg Loslassen Shepard Er darf sie nicht haben Shepard Bitte Ich hab kein Problem mit ihnen Ich will nur Oriana und die Forschungsdaten Sie wollen viel Sie kriegen dafür ihr Leben Wie viel ist das wert? Gut Gut Merge sie sich Aber ich will leben Team Nein Nein Kein Deal Hat er dich verletzt Bist du okay? Alles gut Du bist jetzt sicher Mir geht's gut Aber Ich will hier weg Gleich Gib mir eine Minute Commander Shepard Sie hier zu treffen Es war eine Gelegenheit Sind sie in Ordnung? Wird schon wieder Wirklich Keine Ahnung wie sie es geschafft haben Aber ich bin froh dass sie da sind